Herzlich willkommen zur SHK TV Reportage. Neben gutem Werkzeug freut sich wohl jeder SHK-Fachhandwerker über ein funktional ausgestattetes Fahrzeug. In Leverkusen bei der Firma Boddenberg setzt man bei der Fahrzeugeinrichtung ganz auf Sortimo. In dem Familienbetrieb mit 32 Mitarbeitern sind mehrere Transporter mit Regalsystemen ausgestattet und das aus einem guten Grund. Ich höre immer wieder von Kollegen, die vom Facharbeitermangel bedroht sind oder vom Fachkräftemangel bedroht sind. Ich kann das in keiner Weise bestätigen. Bei uns schlagen also regelmäßig Monteure und auch Meister auf und es gibt regelmäßig Initiativbewerbungen in jeder Kategorie beim Auszubildenden, beim Monteur und beim Meister. Und natürlich ist, glaube ich, wichtig, dass wir ein gutes Bild nach draußen abgeben, damit auch die entsprechende Ansprache stattfindet und sich einfach Leute auch bei uns bewerben. Dazu hört natürlich das Fahrzeug, die Werkzeuge, die Maschinen, damit die Monteure auch Spaß an der Arbeit haben. Neben zufriedenen Mitarbeitern gibt es natürlich noch andere ganz handfeste betriebswirtschaftliche Gründe, die für eine durchdachte Fahrzeugeinrichtung sprechen. Das machen wir schon seit, ich glaube, über zehn Jahren, weil letztendlich muss der Monteur auch bei den heutigen Lohnkosten relativ schnell seine Teile finden und er muss im Überblick haben, was er am Fahrzeug hat oder im Fahrzeug hat und was er nicht im Fahrzeug hat. Denn die Zeit der Fummelei und Bastelei und Sucherei sollte der Vergangenheit angehören. Hans-Dieter Wilberts ist Kundendiensttechniker und seit über 34 Jahren im Unternehmen. Er konnte sich die Einrichtung seines Kundendienstfahrzeuges ganz nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zusammenstellen lassen. Das ist ja schon quasi mein viertes Fahrzeug bei der Firma Boddenberg und diesmal habe ich darauf geachtet, weil ich ja auch im gehobenen Alter bin, dass ich meine Sachen, die ich raushole, dass es erleichtert wird für mich, dass ich an die Sachen rankomme. Und das habe ich jetzt durch diese Funktion von Satimo eigentlich so weitgehend erreicht. Alle Gegenstände, die während der Fahrt durch die Gegend fliegen könnten, lassen sich dank verschiedener Systeme sicher befestigen. So wird beispielsweise der Staubsauger dank dem ProSafe-System flexibel und sicher befestigt. Wichtige Bauteile wie Ventile werden in Schubboxen mit Sichtfenster verstaut. Der Klassiker, die Metallkoffer von Satimo, finden sich auch in dem Kundendienstfahrzeug von Hans-Dieter Wilberts wieder. Seine Empfehlung an alle, die eine Fahrzeugeinrichtung planen, ist dabei unbedingt die Wünsche des zukünftigen Nutzers zu berücksichtigen. Ich denke, da gehen die Schmecker auseinander. Und dann ist auch vielleicht die Frage, macht der mehr Heizung, mehr Sanitär? Oder reiner Kundendienst, dann muss man das Auto schon wieder ganz anders konfigurieren. Also für Kundendienst ist mein Fahrzeug also perfekt. Das Fazit von Georg Boddenberg fällt eindeutig aus. Wir haben auch andere Produkte ausprobiert in den letzten Jahren, aber Sortimo hat einfach ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine perfekte Planung, eine perfekte Beratung und ich kann das wirklich auch nur den Kollegen weiterempfehlen. Das war unsere SHK-TV-Reportage. Schalten Sie auch morgen zu unserer Marktsendung ein. Bis dahin. Tschüss.